Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute haben wir die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Regensburg bei uns zu Gast, den Herrn Ebnett und den Herrn Gradl. Vielleicht mögen Sie sich einfach kurz vorstellen, Herr Ebnett. Gerne, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Ebnett Siegfried, ich bin 54 Jahre alt und bin Kriminalbeamter bei der KPI Regensburg, also bei der Kriminalpolizei in Regensburg. Und die erste Hälfte ist sozusagen der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Regensburg. Wunderbar, Herr Gradl. Ja, mein Name ist Ludwig Gradl, ich bin 59 Jahre alt, also gehe schon ganz schön am 60er zu. Und ich bin die Nummer zwei der Beratungsstelle in Regensburg. Wir sagen oft so flapsig, uns gibt es nur im Doppelpack bei der Beratungsstelle. Ja, also wir sind zu zweit und wir müssen auch zu zweit sein, weil von der Arbeit her allein, das würde man gar nicht bewältigen. Vielleicht noch ganz persönlich, sind Sie beide aus Regensburg? Ja, ich bin in Regensburg geboren, habe zwar dann eine Zeit lang nicht mehr in Regensburg gewohnt, natürlich auch beruflich, aber wohne jetzt wieder im Landkreis Regensburg zumindest. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ja, also ich bin alter Regensburg, ich bin da geboren, groß geworden und habe nur mit vier Jahren Abwesenheit geglänzt mit der Polizeiausbildung und bin seitdem wieder in Regensburg wohnhaft. Und ja, das ist für mich natürlich sehr schön, in der schönsten Stadt Bayerns wohnen zu dürfen und arbeiten zu dürfen. Sehe ich auch so. Herr Gradl, was ist denn Ihr Lieblingsort in Regensburg? Also mein Lieblingsort ist der Dreifaltigkeitsberg, der Balkon Regensburgs. Ich liebe diesen Ausblick und wenn man da den Dom so sieht und das Mittelalter lebt, wenn man unterschaut, wenn man dann im Stadt am Hof die bunten Häuser sieht und bis zur Steinenbrücke, also das ist definitiv mein Lieblingsort. Herr Ebnet, was sollte jeder, jede Mal in Regensburg gemacht haben? Also da würde ich jetzt sagen, selbst wenn man in Regensburg geboren ist und der Regensburger ist, würde es nicht schaden, auch einmal eine Stadtführung mitgemacht zu haben, weil man da sehr viele Internas erfährt, die man so vielleicht einfach nicht mehr auf dem Schirm hat und einfach, sage ich jetzt einmal, eher dann wieder mit offenen Augen durch die Stadt geht. Wir als Regensburger haben ja eine gewisse Liebe zu der Stadt, aber gibt es für Sie beide irgendwas, was Ihnen in Regensburg noch fehlt? Ja, zum einen aktuell die Dachterrasse von der Galerie Kaufhof, beziehungsweise Horten, wie wir alten Regensburger sagen, Horten, weil die hat einfach noch nicht offen und das ist auch so ein schöner Aussichtsplatz. Und was mir grundsätzlich fehlt, ich möchte jetzt so ein Wiener Kaffeehaus irgendwie, also dass man da drin sitzt und total gemütlich noch einen tollen Blick auf irgendeine Skyline von Regensburg oder irgendwas oder auf die Donau, das war so mein, so ein Wiener Kaffeehaus. Okay, wie ist es bei Herner? Ja, also ich bin da ähnlich gestrickt, also wir sind da meistens einer Meinung, also so ein schönes Kaffee in exponierter Lage, wie es oft andere Städte haben, wo man dann einen wunderschönen Blick irgendwo auf die Skyline hätte, das tat mir schon gut gefallen. Okay, wir sind ja heute zusammengekommen, weil heute der Tag des Einbruchsschutzes ist, den nehmen wir als Anlass und jetzt erst einmal die Frage, warum gibt es überhaupt diesen Tag? Also vor elf Jahren ist der ins Leben gerufen worden und das war so ein Slogan, also der ist, also man muss vorausschicken, das ist immer die Nacht, wo die Zeitumstellung ist, wo man eine Stunde länger schlafen kann und da ist so der Slogan rausgekommen, Tag des Einbruchsschutzes, eine Stunde zum Investieren des Einbruchsschutzes. Und der ist auch flankiert von ein paar Aktionen, also wir selber unterstützen da die Polizeiinspektionen bei sogenannten K-Einbruch-Aktionen, also kein Bruch, ist eigentlich ein ganz nettes Wortspiel. Und wir unterstützen auch mit einem Beraterstand, dann gibt es ja so Aufkleber und Plakate extra für diesen Tag und da investiert der Freistaat auch einiges und ja, der wird immer sehr gut angenommen. Ja, Herr Ebnett. Ja, und was ich vielleicht ergänzend anfügen möchte, es ist ja auch gerade dann die Zeit, wo dann die dunkle Jahreszeit so jetzt einmal wieder angeht und da sollte man halt insbesondere wegen den Dämmerungswohnungseinbrüchen dann auch ein bisschen ein besonderes Augenmerk so jetzt einmal auf den Einbruchsschutz legen. Genau, wir haben schon gehört, es wird dunkel, es wird schneller dunkel und es ist sehr verlockend auch entsprechend einzubrechen. Auch zur Weihnachtszeit rum sind viele im Weihnachtsurlaub. Ist denn da die eigene Wohnung in Gefahr, wenn man im Urlaub ist? Naja, im Endeffekt, wenn niemand in der Wohnung ist und ein Einbrecher sucht sich ihre Wohnung aus, dann ist natürlich die Wohnung in Gefahr. Aber da gibt es ja gute Tipps, die man verwirklichen kann ohne größere finanzielle Anschaffungen, wie wenn ich im Urlaub bin, dass ich zum Beispiel mit Licht arbeite, dass ich mir eine Zeitschaltuhr besorge und so LED-Lämpchen, das fast keine Energie braucht. Da sollte ab 16 Uhr, wenn es dunkel ist im Winter, bis am nächsten Tag um 8 Uhr Licht brennt, weil wenn ein Täter vorbeigeht an ihrer Wohnung und sieht um 18 Uhr, dass da Licht brennt, dann wird er ihre Wohnung einfach links liegen lassen und sich eine dunkle Wohnung suchen, also eine, wo vermeintlich niemand zu Hause ist. Okay, Sie sagen schon, wenn ein Täter vorbeigeht. Wie ist das so? Ich habe jetzt nicht so viel kriminelle Energie, aber späht so ein Täter die Wohnung im Vorfeld aus? Also kann man da sagen, okay, die sind dann jeden Tag zur gleichen Zeit da oder ist das dann spontan oder wie muss man sich das vorstellen? Was sind da so die Erfahrungen? Ausschließend kann man natürlich gar nichts, aber in der Regel ist es schon so, dass ein Einbruchdiebstahl viel einem im Zufallsprinzip zu tun hat. Viele Täter gehen einfach rum und schauen, wo gibt es eine günstige Taggelegenheit und wo ist momentan mangelnde Sozialkontrolle. Und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man sozusagen mit Anwesenheitssimulation arbeitet, wie es mein Kollege schon gesagt hat, oder dass ich selbst jetzt, weil ich ja auch Winter angesprochen habe, in den Jahreszeiten, wo zum Beispiel Schnee fällt oder wo schon Laub liegt, vielleicht, wenn ich längerfristig im Urlaub bin, auch die Nachbarn bitte zum Beispiel Schnee zu räumen oder das Laub vor der Tür wegzukehren und zum Beispiel auch Briefkästen zu leeren, um einfach meine Wohnung, mein Haus nicht attraktiv zu machen für den. Das wäre dann tatsächlich eine günstige Taggelegenheit und Objekte haben halt oft eine Seite, wo vielleicht nicht so viele Nachbarn hinschauen und dann natürlich da noch die Mangel, die Sozialkontrolle dazu. Und dann kann es natürlich schon passieren, dass er versucht, dann ins Objekt zu kommen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es eigentlich ein Zufallsprinzip, aber ausschließend, wenn es jetzt berechenbar vermögend sind zum Beispiel oder so, kann man natürlich auch nicht, dass gewisse Tätergruppen vielleicht dann auf sie aufmerksam werden und vielleicht doch einmal spionieren oder auspaldobern. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Unberechenbar vermögend bin ich jetzt nicht. Aber was ist, wenn ich trotzdem das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht? Kann ich dann einfach anrufen, weil oft ist ja so die Hemmschwelle da so. Ich kann doch wegen so einem Schmarrn jetzt nicht einfach bei der Polizei anrufen. Wie ist das da so, Herr Gradl? Ja, also es ist tatsächlich so, wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie meinen, irgendwas passt nicht, Sie haben Angst, Befürchtungen, dass irgendwas ist, rufen Sie die Nummer 110 an. Man kann überhaupt nichts verkehrt machen. Das kostet nichts, kostet keinen Cent. Am anderen Ende der Leitung sitzt ein professioneller agierender Polizeibeamter, der Ihnen zum einen am Telefon weiterhelfen kann und zum anderen gleich in der Logistik einen Streifenwagen vorbeischicken kann. Also das ist niemals verkehrt und man braucht auch überhaupt keine Angst haben, sich die 110 anzurufen. Okay, wir haben gerade schon gehört, die Simulation, das sind so Tipps, sage ich mal, wie man die Wohnung sicherer gestalten kann. Aber gibt es von Ihnen auch irgendwie so Tipps und Tricks, die man an die Hand kriegt? Oder wenn ich ganz, ganz viel Angst habe, kommen Sie auch vorbei und sagen mir, was kann ich mit meinem Fenster machen zum Beispiel? Ja, genau, das ist das, was ich eigentlich jetzt einmal im Hauptgeschäft mache, wenn man es so sagen darf. Es ist eine Serviceleistung von der Kriminalpolizei, dass man uns anrufen kann, also als Beratungsstelle. Und wir kommen dann tatsächlich zu Ihnen nach Hause vorbei und schauen Sie dann dieses Objekt an. Und man spricht natürlich dann über technische Sachen, verhaltensorientierte Sachen. Aber im Grunde geht es eigentlich, sage ich jetzt einmal, in erster Linie um eine gute Mechanik, die leicht erreichbaren Öffnungsteile der Gebäude außen haut, so sagt man da im Polizeischirgand dazu. Und da beurteilt man dann ja gut, was sind da für Beschläge in die Fenster drin, welche Schlöster sind verbaut, was kann man sonst noch besser machen technisch. Und Sie kriegen dann tatsächlich einen Beratungsbogen, also eine Art Schwachstellenanalyse, wo eigentlich explizit draufsteht, was wir an Nachrüstung zum Beispiel empfehlen. Aber selbst auch, wenn man ein Haus baut oder wenn man saniert, also Öffnungsteile komplett erneuert, können mir eigentlich auch weiterhelfen, weil Öffnungsteile werden dann oft in Widerstandsklassen eingeteilt. Und da kann man zu uns kommen und kann sich tatsächlich beraten lassen, was aus unserer Sicht gute Öffnungsteile sind und auch einer DIN-Norm praktisch entsprechen. Und dann hat man eigentlich, sage ich jetzt einmal, sehr gute Öffnungsteile, die hinsichtlich Einbruchssicherheit schon was können. Okay, wir gehen davon aus, ich habe mein Haus komplett abgesichert, ich kann meinen Urlaub entspannt genießen. Jetzt bin ich in einem Hotel in Regensburg als Gast, traue aber vielleicht dem Tresor nicht oder so. Was mache ich mit meinen Wertsachen? Das ist natürlich die große Frage. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, ein Hotel-Safe wäre unsicherer als ein anderer, weil die müsste man direkt, also jedes ist ja unikat und ein Einzelstück. Aber vom Grundsatz her, wenn ich mir nicht sicher bin, dann würde ich entweder schauen, dass ich bei der Rezeption unten an den Haupttresor, dass es den Service gibt in dem Hotel, dass der mehr oder weniger, dass ich meine Wertsachen unterstellen kann und der auch mehr oder weniger bewacht ist. Oder wenn das auch nicht geht oder wenn ich das auch nicht will, dann würde ich die Wertsachen mitnehmen und halt am Körper so tragen, dass nicht gestohlen werden können oder dass sehr, wie soll ich sagen, also nicht leicht entwendet werden können von zum Beispiel einem Trickdieb irgendwo im Ausland oder so. Das heißt am besten Brusttasche oder irgendwie verdeckt, oder? Genau. Also wir sagen auch bestenfalls, wenn man jetzt größere Bargeldmengen dabei hat, dass man die ein bisschen aufteilt, wenn man es in der Handtasche hat, dass man den Verschluss nach innen trägt und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Tricks oder Handlungsempfehlungen, gerade für Bargeld oder Dokumente, wie mit zum Beispiel Vertaschendiebstahlschutz. Okay, jetzt bin ich vielleicht ein Urlaubsmuffel und fahre nicht gern weg und bin daheim. Jetzt gehen ja auch ganz viele so Trickanrufe rum. Was mache ich, wenn ich da angerufen werde? Also keine Ahnung, es gibt sich jemand für einen Staatsanwalt aus und sagt, sie kriegen nur eine Aussage für 30.000 Euro oder keine Ahnung. Was soll ich tun? Da sprechen Sie jetzt ein Thema an, das uns sehr am Herzen liegt, weil natürlich die Schäden, die aus diesen, man sagt im Polizeischagon, Callcenter-Bedrückereien dazu unwahrscheinlich hoch sind. Und es sind ja immer Opfer dahinter. Und meistens sind es dann tatsächlich auch vielleicht ältere Leute oder Senioren, die sich dann durch diese Callcenter-Bedrückereien dazu veranlasst sehen, dass da große Mengen Geld an Unbekannte, an Fremde rausgeben. Also früher war es eher der Enkeltrick, also dass einfach Familienangehörige zum Beispiel, also Enkeltrick in Anführungszeichen, dass sie Familienangehörige praktisch auch ausgeben. Sie hätten zum Beispiel eine Notlage und müssten schnell irgendwie zu Geld kommen. Also in der Regel geht es immer um Geld, das wo akquiriert werden soll von einer. Zum zweiten, wir sind jetzt sehr im Kommen oder wir sind mittendrin in die Schockanrufe, weil man da einfach mit den Gefühlen der Leute spielt. Da werden sie angerufen und wird einfach suggeriert, zum Beispiel ein nahe Angehöriger wie ihre Tochter oder ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und da wäre vielleicht sogar jemand ums Leben gekommen und man müsste jetzt diese Person in Untersuchungshaft nehmen. Und aufgrund dessen könnte man vielleicht durch die Zahlung von einer Kaution das bewirken, dass die Untersuchungshaft ausgesetzt wird. Das sind so Dinge, die jetzt momentan sehr im Kommen sind und die Modus operandi der Täter, die sehr im Kommen sind. Auch der falsche Polizeibeamte, den sie schon angesprochen hat, dass vielleicht ein Polizeibeamter am Telefon ist und sie mit sowas konfrontiert. Dazu muss man sich merken, wie gesagt, dass ein Polizeibeamter, Amtsträger oder eine ähnliche Person zum einen erst einmal niemals unter der 110 als unter der Notrufnummer der Polizei anrufen würde. Das ist auch in der Vergangenheit oft geschehen, weil man sogenannte Rufnummernspoofing machen kann, also auch am Computer mit den neuen Medien und so weiter, sodass teilweise bei den Opfern im Feld, wo man dann sieht, am Telefon die 110 mit erschienen ist. Und da muss man echt davor warnen, also die Polizei wird sie erstens nie unter der 110 anrufen und im Zweifelsfall legen sie einfach auf und rufen dann selber die Polizei an, die 110. Denn die große Überschrift muss einfach sein, kein Geld an Fremde und auch Polizist und Staatsanwalt und Richter wäre ein Fremder. Und erst einmal würde ich da tatsächlich das verifizieren und ob da dieser suggerierte Sachverhalt da stimmen kann oder nicht. Also wirklich im Zweifel auflegen und selbst die Polizei anrufen, ist immer besser als irgendwie schnell eine große Menge Bargeld an Unbekannte herauszugeben. Jetzt gibt es ja nicht bloß die Anrufer. Also man hat ja auch, ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, früher war es so, Besuche an der Haustür, ja. Also gibt es sowas auch noch häufig oder sind jetzt die Callcenter-Betrügereien eher im Kommen oder? Also die Callcenter-Betrügereien nehmen wir natürlich jetzt zu oder haben zugenommen. Das merkt man richtig und sieht man an die Zahlen dann. Aber so der Trickbetrüger an der Haustür, den gibt es weiterhin. Das ist die Schwangere, die ein Glas Wasser will. Das ist der falsche Handwerker, der sagt, der kommt von irgendeiner Firma und muss irgendwas prüfen. Und Ziel ist immer, dass ich den Menschen, Frau oder Mann an der Haustür, irgendwie bewege, wegzugehen, vielleicht ins Wohnungsinnere. Und ich kann dann zum Beispiel hineingehen und siehe da ein Portemonnaie, das nehme ich gleich einmal mit. Oder ich gehe tatsächlich mit hinein als falscher Handwerker und prüfe irgendwas, dass ich zum Beispiel sage, Dichtigkeit von irgendeiner Wasserleitung. Ich drehe den Wasserhahn von der Badewanne auf. Und in dem Rauschen, da sage ich zu der Dame zum Beispiel, zu der Hausfrau, bleiben Sie mal bitte da und schauen Sie mal, was da jetzt passiert, ob da irgendwelche Blasen kommen oder komische Geräusche. Und während die Frau da bleibt und da zuschaut und das beobachtet, geht der Täter rum, nimmt alles und verschwindet dann. Der ist dann einfach weg. Und darum immer Vorsicht an der Haustür, wenn es geht, eine Sperrkette vorlegen, wenn es läutet. Oder so ein Sperrbügel ist ja jetzt die Weiterentwicklung von der Sperrkette. Nach einem Ausweis fragen, wenn sich einer vorstellt von irgendeiner Firma, wenn einer sagt, ich bin Polizeibeamter, einen Ausweis zeigen lassen. Ich kann ja dann zum Beispiel auch bei der Polizei anrufen und sagen, Sie, da ist jetzt gerade jemand da, der gibt vor, das ist der Herr Mayer vom Kriminaldauerdienst, hat das seine Richtigkeit? Und dann wäre ich verbunden mit dem zuständigen Kommissariat und dann wird das abgeklärt. Da wären wir jetzt aber auch kein Polizeibeamter, Beamtenbase, wenn ich nach dem Ausweis frage, oder? Überhaupt nicht. Und das ist auch dann unsere Verpflichtung, dass wir uns ausweisen. Und er denkt dann, der Kollege auch, schau her, mitgedacht, sehr gut, die lässt sich zum Beispiel nicht übers Ohr hauen. Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon von dem Blubberbläschen im Wasser angehört. Haben Sie, das würde mich jetzt interessieren, ob Sie vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern können. Gibt es einfach eine gute Geschichte, die Sie schon mal erlebt haben, die Sie jetzt mal wieder zum Schmunzeln bringt? Also selber erlebt nicht, aber von einem Kollegen gehört. Und zwar in einem anderen Bereich, also nicht in Regensburg. Da ist ein Einbrecher eingestiegen und dann ist der Eigentümer überraschend heimgekommen. Und dann hat bei der 110 das Telefon geläutert. Aber nicht der Geschädigte hat angerufen, sondern der Einbrecher, weil er sich bei dem Eigentümer, der heimgekommen ist und um einen Profiboxer gehandelt hat. Und dann ist der Einbrecher ziemlich nass eingegangen. Und dann ist die Streife gekommen und hat den Einbrecher befreien müssen aus den Fängern des Profiboxers. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. So schnell geht es mit der Eigenanzeige, oder? Genau. Okay, sehr nett. Für den Fall der Fälle, mir passiert sowas, weil ich einfach naiv bin oder nicht nachgedacht habe, mir den Ausweis nicht zeigen habe lassen. Greift in so einem Fall die Versicherung? Oder wie kann ich mich schützen, also jetzt unabhängig von Ausweis und Kette? Also Frage 1, greift hier eine Versicherung? Das kann man natürlich so pauschal eigentlich nicht sagen, weil das kommt natürlich auf dem Versicherungsvertrag drauf an. Aber in der Regel, Betrügereien könnte man gut vorstellen, dass die nicht wirklich versichert sind. Oft sind Einbruch-Tippstelle, wenn man wieder zum anderen Thema geht, dann doch oft abgedeckt über die Hausratversicherung. Aber da kommt es dann auch wieder auf die Versicherungssummen drauf an. Oft ist Bargeld und Schmuck zum Beispiel wenig teuer versichert oder mit einem geringeren Betrag versichert. Also da müsste man tatsächlich ins Kleingedruckte vor einem Versicherungsvertrag schauen, ob da überhaupt dann eine Leistung, eine Erstattung erfolgt oder nur bis zu einem gewissen Betrag. Das kann man natürlich irgendwo so pauschal nicht wirklich sagen. Jetzt sind Sie ja auch ganz viel im Sinne oder in der Sache Prävention unterwegs. Wie sensibilisieren Sie denn Menschen? Das kommt ganz darauf an. Das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Präventionsmaßnahmen von Einbruchschutzständen, wo ich vorhin schon erwähnt habe, bei dem K-Einbruch-Tag, über Unterrichte in Schulen, über Artikel in der Zeitung. Wir haben zum Beispiel bei TVA Ostbayern zwei oder drei Clips gemacht, und zwar unter anderem Taschendiebstahl am Christkindlmarkt oder Keyless-Go, also praktisch das Auto, wo der Verschluss schon aufgeht, wenn ich mich nur mit dem Schlüssel nähert, weil das ist auch eine Kriminalitätsform, wo Autos gestohlen werden ohne Ende. Im Radio sind wir interviewt worden. Also das ist alles, was uns einfällt. Prävention machen wir. Und so sind wir auch zum Beispiel auf Sie kommen, Frau Molsky, dass wir sagen, auch in einem Podcast. Also können wir unsere Messages einfach einmal verbreiten. Und wir nützen eigentlich jedes Medium, das uns zur Verfügung steht und das uns gewährt wird. Und ja, dass wir so viel wie möglich Bürger erreichen und vor Straftaten und Kriminellen schützen. Wir haben schon gehört, Vorträge an Schulen. Jetzt läuten aber bei mir bei Enkeltrick ganz andere Alarmglocken. Man meint immer so, die ganz alte oder ältere Generation sind die, die am einfachsten drauf reinfallen. Ich meine, ich hätte auch was gelesen, dass es auch dafür extra Beratungsstellen gibt. Ja, das ist schon richtig. Zum Beispiel in der Stadt Regensburg selber gibt es praktisch ein Programm, das heißt Szenipol Senioren und Polizei. Und das ist eine Kooperation zwischen der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Regensburg und dem Seniorenbüro der Stadt Regensburg. Und da gibt es tatsächlich einen Seniorenberater. Das ist der Herr Hans-Jachim Glotz, der zum Beispiel für uns auch Vorträge hält bei Senioren oder mit Senioren. Den kann man praktisch jederzeit anrufen oder den Kontakt über uns herstellen. Und dann kommt der und hat einen Vortrag über sämtliche Bedrückereien zum Beispiel, speziell gegen Senioren. Wir haben aber jetzt auch schon in der letzten Zeit im Haus der Generationen zum Beispiel an so einem Aktionstag gehabt, da waren wir Senioren informiert. Da war dann der Reihe Weißerin zum Beispiel dabei als Opferschutzstelle. Und der Herr Glotz zum Beispiel dann vom Programm Szenipol, sodass wir praktisch und wir selber halten natürlich auch Vorträge für Senioren, um einfach hier insbesondere die älteren Herrschaften einfach zu informieren und zu sensibilisieren, um einfach nicht Opfer von Straftaten zu werden. Insbesondere dann auch, wenn schon jemand Opfer einer Straftat worden ist, also eines Kalsian-Betrugers, gehen wir jetzt auch noch zu den Opfern hin, weil ja eine gewisse Wiederholungsgefahr zum Beispiel auch nicht auszuschließen ist und sensibilisiert dann die Leute tatsächlich auch nochmal und geben halt einfach Tipps und Tricks, wie man das in Zukunft verhindert oder möglichst verhindern kann. Ich würde jetzt nochmal gerne zurückkommen auf die Christkindl-Märkte, die ja jetzt dann losgehen. Reicht es, wenn ich mein Geld in, jetzt trägt man ja wieder diese Brusttaschen vorne, reicht es, wenn ich mein Geld vorne in der Brusttasche drin habe? Ja, also wenn man zum Beispiel einen Rucksack hat oder die Brusttasche, hat natürlich den immensen Vorteil, dass ich da mehr Gewalt drüber habe. Also zum anderen sehe ich es, ich fühle es besser als am Rücken, weil es ist ja doch ein Gedränge, meistens am Christkindlmarkt und so wäre ich wahrscheinlich, es wird nicht wahrscheinlich sein, dass ich das merke, wenn man jemanden einen Rucksack öffnet, und das Portemonnaie rausklaut. Wenn ich das natürlich an der Vorderseite habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Also das könnten Sie machen. Oder auch mit Handtasche, sagen wir, wenn man eine Handtasche dabei hat, dann den Verschluss der Handtasche an der Körperseite tragen, weil auch da wird es dann schwieriger für einen Taschentipp, dass der irgendwie die Tasche öffnen kann und ihnen die Geldpässe rauszieht. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, am besten ist natürlich, also wenn man zum Beispiel auf den Christkindlmarkt geht, verbunden mit Weihnachtseinkäufen, dann habe ich ja in der Regel mehr Geld dabei oder sicher die EC-Karte oder Kritikkarte. Und da sagen wir, Geld ein bisschen verteilen, vor allem in die Innentaschen dann, weil meistens habe ich ja die Jacke zu und nicht unbedingt in der Gesäßtasche hinten. Also das sieht man oft in der jungen Generation, die haben also das Handy hinten in der Gesäßtasche, die schauen ein paar Zentimeter raus. Das ist so leicht, dieses Handy zu klauen, dieses zu entwenden, so einfach. Und ja, das Handy, wenn weg ist, gerade bei der jungen Generation, da ist ja Welt weg, alle Kontakte, alles. Und darum da auch einfach besser aufpassen und irgendwo verwahren oder einstecken, wo halt ein Dieb nicht hinkommt oder schwerlich. Ja, also Handys sind ja heutzutage auch fast ein Gebrauchtwagen wert, wenn man so will. Gutes Stichwort Handys. Es ist Christkindlmarktzeit, man macht Fotos, man macht Fotos von sich und anderen, ganz besonders von Kindern und Jugendlichen. Gibt es hier irgendwas, was man beachten sollte, dass man die vielleicht nicht unüberlegt weiterschickt oder gerade in so einer Partygruppe, werden ja manchmal auch ein bisschen blöde, anzügliche Bilder geschickt. Wo ist der Punkt, wo ich aufpassen sollte? Ja, also es ist halt so, das kann man jetzt auch nicht generell so sagen, Frau Molsky, weil es gibt natürlich Straftatbestände, zum Beispiel Beleidigung oder Verleumdung oder irgendwas, den ich verwirklichen kann mit erstellen und beziehungsweise versenden von so Bildern. Wenn ich jetzt normale Bilder schieße, wenn ich mir jetzt einen Podcast mache und ich schicke das meiner Frau zum Beispiel, dann ist das nicht verwerflich oder sonst irgendwas, das ist nicht verboten, das ist ein normaler Vorgang, sage ich jetzt einmal, fast ein normaler Vorgang. Aber wenn so Spaßfotos kommen, wie Sie sagen, und die werden ins Internet zum Beispiel gestellt, da gibt es ja diesen Spruch, das Internet vergisst nichts. Und wenn ich jetzt ein Foto habe von einem Freund, sage ich jetzt einmal, der zu früh Glühwein erwischt hat und man merkt das auch und man stellt das ins Internet vielleicht noch mit den Cloud-Personalien und so weiter, dann kann das sogar schon die Folge haben, irgendwie, dass wenn er sich einmal bewirbt auf irgendeiner Stelle, eine Arbeitsstelle, dass die natürlich vielleicht einmal im Internet schauen, Facebook, Instagram, sonst was, wo ist der schon einmal aufgetreten und dann sieht der Arbeitgeber Fotos, wo der andere irgendwo in der Lache liegt und das werden wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit nicht erhöhen, dass er diese Arbeitsstelle kriegt. Also an sowas muss man denken, also nicht nur Straftaten, sondern was tue ich dem oder der an, wenn ich jetzt solche Fotos verschicke. Und meistens sind sie dann in Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder Facebook, wo ja das so unwahrscheinlich viele Menschen erreicht. Und das ist dann natürlich, kann dann schon verwerflich sein, wenn ich solche Fotos, ohne dass sie noch kriminell ein Inhalt sind, dass ich die einfach so in die Welt schicke. Jetzt haben wir von uns Erwachsenen gesprochen, aber ich glaube, ein sehr sensibles Thema sind auch gerade irgendwie Kinderfotos oder Jugendliche, die in der Pubertät vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob man es jetzt auspiepsen muss, P*** rumschicken oder so. Was ja auch sehr, sehr, sehr sensibles Thema ist. Wie ist es, wie verhält es sich da, wenn sich da so Kids in einer Partygruppe dann solche Bilder zuschicken? Ja, also das ist natürlich ein sehr problematisches Thema, denn, ja, wie gesagt, der sexuelle Missbrauch von Kindern und Verbreitung kinderpornografischer Schriften sind ja in der Regel, wenn es auch schwere Straftaten. Und es ist schon so, dass man einmal aufpassen muss, sag ich jetzt einmal, mit dem sogenannten Cyber-Grooming, das ist praktisch die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen, die vorgeben, zum Beispiel auch Jugendlicher zu sein, mit dem Hintergrund praktisch Kinder zu missbrauchen oder zu anzügliche Bilder zu bekommen oder wie auch immer. Und da muss man natürlich tatsächlich in Sachen Mediumkompetenz schon sehr aufpassen, sag ich jetzt einmal, was die Kinder so verschicken und mit wem die eigentlich chatten. und im Zweifelsfall dann tatsächlich, sag ich jetzt einmal, dann die Kinder auch in Sachen Mediumkompetenz kontrollieren, zum Beispiel, oder halt auch aus A und O ist halt einfach einmal die Kinder ein gutes Verhältnis zu haben, dass man sagt im Vorfeld schon, du kannst mit allem zu mir kommen und wenn du so ein Bild kriegst, dann schauen wir sich das miteinander oder sowas. Also das ist natürlich schon in derer Hinsicht natürlich ganz wichtig. Zum Zweiten ist es nicht auszuschließen, dass die Täter natürlich oft einmal aus dieser Gruppe der Jugendlichen kommen, weil wie sie schon angesprochen haben, da werden dann auch Spaß oder welche Fotos gemacht, anzügliche Fotos gemacht und wenn das natürlich dann vielleicht einmal die Beziehung, sag ich jetzt einmal, dann vielleicht auseinander geht, dann werden die Fotos vielleicht sogar auch verschickt oder was und da sind wir dann tatsächlich bei schweren Straftaten und das ist dann nicht ohne, sodass man da wirklich aufpassen sollte, was, sag ich jetzt einmal, der Sprössling so mit den neuen Medien so treibt, weil das dann kein Spaß mehr ist. Also ich habe da heute einen sehr spannenden Artikel gelesen, wo es darum ging, wenn ich jetzt Mama, Papa bin und ich bekomme, ich sehe bei meinem Sprössling, so ein Bild ist irgendwie gerade im Umlauf in der WhatsApp-Gruppe von den Kids, wenn ich das jetzt weiterschicke an andere Eltern und sage, bitte aufpassen, dann glaube ich, mache ich mich auch strafbar, oder? Genau, Frau Molske, das ist so und zwar, weil einfach der Besitz schon strafbar ist und die Weitergabe von so Daten. Also wenn sie tatsächlich oder wenn Eltern tatsächlich Bilder am Handy von den Kindern sehen, sagen wir natürlich Anzeige bei der Polizei und keinen Screenshot machen und irgendwie wem anders schicken, sondern tatsächlich mit diesem Handy dann zur Polizei gehen und sagen, schauen sie her, ich habe jetzt halt bei meinem Sohn oder sonst irgendwem das gesehen und dann wird die Anzeige auch aufgenommen von der Polizei und da können Sie zu jeder Polizeidienststelle Bayerns gehen. Aber müsste ich dann im Prinzip meinen Sprössling anzeigen, weil der in einer Gruppe ist und das Bild gekriegt hat oder jetzt mal ganz blöd gefragt? Ja, also es ist so. Vom Grundsatz her ist man ja erst ab 14 schuldfähig. Also das heißt, bis 13 kann man ja, also ich sage jetzt mal salopp gesagt, keine Straftat begehen, die dann verfolgt wird. Wenn man über 14 ist, ist es natürlich schon so, dass man dann eventuell schon in die Gefahr kommt, dass das Kind eine Anzeige kriegt. Nur, wenn das Kind ja von sich aus sagt, pass auf, es geht zur Mama und Mama geht zur Polizei damit, dann sieht man ja schon den Willen, dass, genau, also das wird dann mit aller, allergrößter Wahrscheinlichkeit eingestellt, das Ganze. Wenn man aber zu gefährlich ist, dass tatsächlich im Spross irgendwas passiert, gibt es ja auch irgendwelche Hilfsstellen, wo man mich hinwenden kann, die auch Erfahrung haben. Zum Beispiel Caritas, zum Beispiel Jugendschutzstelle, zum Beispiel Vertrauenslehrer, wo ich weiß, der ist kompetent. Und psychische Beratungsstellen, also auch das gibt es, bevor ich zur Polizei gehe, aber wir sagen, irgendwas muss mit dem Bild geschehen, irgendwie muss das seine Ordnung haben, weil es ist ja im Großen gesehen, Frau Molsky, Opferschutz, also wenn das ein kinderpornografisches Bild ist, dann ist ja immer ein Kind Opfer worden von schweren Straftaten. Das Kind wird in seiner ganzen Entwicklung wahrscheinlich gestört und wird nie der Erwachsene, der es ohne den Missbrauch geworden wäre. Und darum sagen wir, also gerade so, Kinderpornografie muss bekämpft werden. Jetzt gehe ich noch sensibler in die Thematik rein, weil Weihnachtszeit ist ja ganz oft Familienzeit. und ich glaube auch hier ist Vorsicht geboten, weil man sagt ja auch ganz oft kommt der Täter, die Täterin aus dem bekannten Umfeld, aus dem Familienumfeld. Ja, das ist natürlich ein sensibles Thema, aber tatsächlich sexueller Missbrauch passiert dann tatsächlich auch oft im eigenen Umfeld, sodass man praktisch dann, ja, es ist auch die Aufklärung ziemlich schwierig wird, weil natürlich persönliche Beziehungen und Bindungen, sag ich jetzt mal, zu den Eltern, zu Verwandten oder, ja, zu sonstigen Bekannten besteht, sodass tatsächlich es so ist, dass, wie gesagt, der sexueller Missbrauch von Kindern dann auch oft einmal aus dem engsten Personenkreis kommt. Das ist natürlich sehr schwer, sag ich jetzt mal, in der Regel zu erkennen, aber was vielleicht, sag ich jetzt mal, mal als Hinweis oder sowas geben kann, ist einfach, dass, wenn das Kind vielleicht besonders bei einem Thema besonders verschlossen ist oder wenn es zum Beispiel auch Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder dass sich einfach das Verhalten vom Kind von heute auf morgen ändert oder wenn sie natürlich sonst irgendwas feststellen, also körperliche Merkmale, irgendwelche, ja, ich sag jetzt mal, Verletzungen oder irgendwelche Bissspuren oder sonst was, dann müssen natürlich die Alarmglocken irgendwo schon läuten, aber sie haben recht, es ist sehr schwer eigentlich das erste Mal zu erkennen. Ich gehe jetzt mal von Jugendlichen aus, die dann vielleicht nicht zu ihren Eltern gehen wollen, weil in der Pupsität ist man immer ein bisschen schwieriger, welche Anlaufstellen könnte man denn da nutzen, dass ich mich irgendjemandem anvertraue? Ja, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ich habe selber drei Kinder, ob die dann zu mir kommen werden, weiß ich nicht, weil tatsächlich dann die Eltern, wenn ich pubertiere, nicht unbedingt die erste Wahl sind, wenn sowas ist und ich habe ja vielleicht sogar Angst, dass ich da mit irgendwelchen Folgen konfrontiert werde, die mir die Eltern dann aufoktorieren wie Hausarrest oder sowas. Ja, es gibt natürlich die Stellen, wo ich auch vorhin schon gesagt habe, da gibt es zum Beispiel Sozialdienst beim Jugendamt. Es gibt Erziehungsberatungsstellen, es gibt kirchliche Beratungsstellen, wo ich mich hinwenden kann. Dann von der Schule her, da gibt es ja Vertrauenslehrer, also wenn ich tatsächlich, wenn ich ein gutes Verhältnis zu einem Lehrer habe, auch der kann mir jetzt nicht er selber, dass er mir explizit wahrscheinlich helfen kann, aber auch er kann mir Adressen nennen, er kann mir Ansprechpartner nennen. Dann gibt es ja zum Beispiel diese Jugendsozialarbeit an Schulen, die gehört zur Stadt Rengsburg, JAS ist das, oder JAS. Und es gibt zum Beispiel auch die staatliche Schulberatungsstelle Oberpfalz bei uns in Regensburg am Weinweg, auch die geben wertvolle Hilfe bei sowas. Und es gibt natürlich auch Schulpsychologen, an die ich mich wenden kann und wo mich dann vielleicht der Vertrauenslehrer oder der Klassleiter auch hinverbindet oder hinweist auf diese Schulpsychologen. Ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass man sich einfach traut und sich einfach an irgendjemanden wendet, auch wenn nur der kleinste Verdacht da ist und wirklich sich äußert, oder? Also das kann man so sagen und jeden ermutigen, der einfach einen Verdacht schöpft, sich an eine Vertrauensperson zu wenden. Und zu diesem Thema noch ganz kurz, Sie haben ja selber gesehen, wir haben so ein paar Broschüren dabei. Zu dem Thema wäre jetzt zum Beispiel die Broschüre sexuelle Gewalt Missbrauch verhindern. Da steht sehr gut drin, also wie es beschrieben wird praktisch, die Kriminalitätsform und was man Eltern an die Hand geben kann. Und wir haben Broschüren in jedweder Hinsicht für Senioren, für gegen Einbruchschutz, gegen Mopping, Cybermopping und 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 die kann man bei uns auch kostenlos erwerben. Also wer sowas haben will, einfach bei uns anrufen, in Regensburg die 506 2775, dann kommt er bei uns raus, wenn man sich jetzt die Nummer nicht merken kann, die 506 und die 0, das ist dann die Vermittlung der Polizei, verbinden lassen und dann bekommt der oder die diese Broschüren umsonst, wir schicken sie zu oder wenn wir mal unterwegs sind, werfen wir sie auch ein oder geben sie persönlich ab. Also das ist kein Problem. Für unsere ZuhörerInnen werden wir es auch in den Shownotes verlinken, dann können sie auch direkt aufs PDF klicken, falls sie nicht anrufen möchten und das einfach gerne am Smartphone lesen wollen, beispielsweise. Jetzt hätte ich noch eine Frage dazu, haben sie das Gefühl, es wird in letzter Zeit schlimmer, dadurch, dass das Einstiegsalter mit dem Handy niedriger ist? Das kann man so nicht sagen und den Eindruck, ich weiß nicht, wenn man jetzt unseren Eindruck sagt, ob man da nicht vielleicht irgendwie in ein anderes Fahrwasser kommt. Ich glaube, das spielt auch gar keine Rolle in der Hinsicht, sondern wie der Kollege Ebner schon gesagt hat, Medienkompetenz über die Eltern, durch die Eltern, glaube ich, ist der springende Punkt und wenn ich das meinen Kindern so mitgeben kann, dass kompetent mit dem Handy, mit dem Internet umgehen, dann ist gleich, ob das mit sieben Jahr passiert oder mit neun Jahr, weil es ist auch immer schlimm genug, aber ich glaube, die Eltern haben da schon einen ganz schönen Erziehungsauftrag, weil ich muss schon wissen, was mein Kind am Handy macht. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, dass einfach ganz viel geschult sensibilisiert werden soll in Sachen Medienkompetenz. Ich denke, sowohl daheim von den Eltern als auch von Lehrern kann da sensibilisiert werden. Das Handy ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken. Wie ist es denn mit Lehrern oder Lehrerinnen? Was sollen die machen, wenn ihnen was auffällt? Ja, da gibt es natürlich selbst von den Schulen zum Beispiel gibt es da so eine Art Hausordnungen beziehungsweise schon vom Kultusministerium ein Pamphlet, die explizit praktisch den Lehrerinnen und Lehrern Handlungsempfehlungen an die Hand geben, aber zum anderen gibt es zum Beispiel, weil wir jetzt gerade bei den Broschüren waren, auch eine wunderbare Broschüre von ProPK, das heißt, das Programm für polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder und diese Broschüre heißt zum Beispiel Schule fragt Polizei antwortet und das ist eine wunderbare Broschüre als Handreichung für die Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, die über uns natürlich auch kostenlos bezogen werden kann und zum Beispiel in allerlei Hinsicht die Lehrer informiert und sensibilisiert, wie sie mit gewissen Sachen umgehen sollen. Wichtig ist natürlich nur, wenn es irgendwo das Leben oder die Gesundheit von irgendeinem Schüler oder von einer Schülerin bedroht wird, dass man natürlich dann sofort die Polizei einschaltet, zum Beispiel das Mobbing oder dieser Cybermobbing kann natürlich Auswirkungen haben, dass sogar irgendwelche Suizidabsichten oder was im Raum steht und so weiter und da müsste natürlich sofort handeln, da gehört eigentlich die Polizei dann sofort eingeschaltet, um Schlimmeres zu verhindern. Jetzt mache ich mal frecherweise ein bisschen Schleichwerbung, Sie würden ja auch zu einem Beratungs- oder Präventionstag an die Schulen kommen, wenn das gewünscht wäre, richtig? Ja, ja, also es ist so, an Schulen selber oder für Schulen selber sind die Polizeiinspektionen eher zuständig. Wir haben zwar ein paar zum Beispiel illegale Drogen machen wir in Schulen, das machen aber die Polizeiinspektionen auch, also in Regensburg ist die Polizeiinspektion Süd am Minoritenweg oder die Polizeiinspektion Nord am Dultplatz und das sind so diese Themen, die die abdecken, die Präventions Beamten, Gewalt oder legale, illegale Drogen, Mopping und Cybermopping, das sind also die Themen, die tatsächlich auch abgedeckt werden und in der Regel ab der fünften Jahrgangsstufe. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit von Kindern und Jugendlichen gesprochen, vielleicht kommen wir nochmal zu den älteren Generationen hin zurück. Man kennt es irgendwie, die Generation Oma, Opa haben mittlerweile auch Handys, aber da ist es ja oft so, dass die sich nicht trauen, weil es ihnen peinlich ist irgendwie nachzufragen, gibt es hier eine Stelle, wo Senioren, Seniorinnen hingehen dürfen und den Umgang mit dem Handy lernen oder auch mit so Betrugsfällen, also Betrugs-SMS, ich meine, die telefonieren zwar mit dem Handy, aber ganz oft ist es ja so, was mache ich, wenn ich so eine SMS kriege, da haben die auch Anlaufstellen? Ja, also bei uns bei der Stadt Regensburg Seniorenamt, da wird auch, soweit ich weiß, regelmäßig angeboten, dass gerade Senioren in Medienkompetenz geschult werden, also da sind dann Jüngere, die den Senioren zeigen, wie benutzt ihr das Handy, wie benutzt ihr das Internet, was habe ich für Möglichkeiten und was man dann ab und zu hört, da gibt es ganz nette Rückmeldungen, natürlich jung und alt, passt ja auch immer und da wird die Anlaufstelle tatsächlich einmal bei der Stadt Regensburg im Seniorenamt einmal anfragen, ob und wenn ja, wann diese Kurse angeboten werden und meines Wissens sind die dann auch öfter einmal mehr Generationenhaus in der Ostengasse, sehr schöne Einrichtung übrigens, da haben wir auch schon ein paar, den Aktionstag gehabt, den der Kollege schon erwähnt hat, also das wäre eine gute Anlaufadresse Seniorenamt Regensburg. Okay, vielen, vielen Dank, ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen zum Thema Prävention abgehakt, sowohl für Jung, Alt, Familie, Jugendliche, die unterwegs sind am Christkindlmarkt, der Einbruchschutz und so weiter. Auch schwere Kost, ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr für dieses Interview, was einen unfassbar tollen Einblick gegeben hat in Ihre Arbeit. Am Ende von so einem Podcast spielen wir mit unseren Interviewgästen immer noch ein Spiel. Ich nenne zwei Dinge, und Sie antworten einfach aus dem Bauch raus, wofür Sie sich entscheiden. Damit es hier nicht zu Verwirrungen kommt, sage ich Ihnen nicht mehr, von wem ich eine Antwort haben will. Einfach aus dem Bauch raus entscheiden. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarrplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dürnbergpark? Dürnbergpark. Nab oder Regen? Regen. Langer oder kurzer Schafkopf? Ich kann nur warten. Ui. Dann antworten durch Sie. Ein kurzer würde ich sagen. Das würde ich auch sagen in Rengspurk. Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Badeweyer oder Donau? Donau. Westbad oder Wörthbad? SRT natürlich. SSV Jan oder die Eisbären? SSV Jan. Griserspitz oder Janinsel? Griserspitz. Bezahlen bar oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Am Samstag. Irish Hub oder Murphy's Law? Irish Hub. Pustet oder Dombrovski? Pustet. Aufstehen oder Snoozen? Aufstehen. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Kaufhof. Scharivari oder Gong FM? Scharivari. Knacker oder Kipferl? Kipferl. Süß oder Schafersenf? Süßer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Beides. Kipferl oder Breze? Breze. Last but not least Polizei oder Kripo? Ist genau so das Gleiche. Kehrt dazu. Beides. Wunderbar. Ich danke Ihnen für dieses nette Interview. Ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gäste waren. Alle wichtigen Links und Broschüren finden unsere Zuhörer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank. Danke von unserer Seite. Vielen Dank für Muski. Informationen rund um die nächste Folge beziehungsweise die nächsten Folgen findet ihr auf unseren Social Media Kanälen, die wir euch in den Shownotes verlinken werden. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Musik Musik Musik